alles klar herzlich willkommen zurück hier zu GTA Online heute spielen wir mal eine komplett andere Mission und der Maren ist heute natürlich auch wieder mit dabei was geht was geht ich hab gar kein Auto aber drin ich hab gar kein Wagen hier warte ich guck mal ganz kurz ja dann müssen wir mal ganz kurz hier ein Auto holen sehr sinnvoll soll ich jetzt mein Auto holen oder holst du dein? Ich hol mal jetzt gerade was brauchen wir zwei? äh nö dann steig bei mir im Vergleich mit ein so ja hier hinten ist es let's go let's go was genau müssen wir eigentlich machen? äh wir müssen jetzt zu einem Pier fahren und da Leute töten okay ganz einfach erklären ich glaub die Mission hast du schon mal gespielt mit mir ach das ist die hier unten ja ja das kann gut sein ja da kannst du jetzt gleich sniper stimmt oben sniper und ja ich fall mal durch und dann am Ende Boot clown? ja ja die kenne ich die Mission ja die ist auch easy ich weiß gar nicht ob wir die schon mal aufgenommen haben ja wir haben die doch schon mal aufgenommen da ist aber die Aufnahme fehl gestalten also wir sind noch nicht aufgenommen okay nur so halb ja easy dann würdest du irgendwie zu viel Speicher äh ne zu wenig Speicherplatz dafür ja das für die Aufnahme das war traurig naja egal passt schon wir sind jetzt erstmal schön easy hin du lässt mich auf dem Hügel raus ja ja nicht dass du da jetzt schon gleich reinfährst und ich kann da wieder hochlaufen ne gut aber du musst ja den Hügel hoch gehen ne oder willst du hier oben bleiben ne du musst mir einfach ja ich weiß ich will dich hier oben bleiben ich weiß hier bleib ich ja los aber kein Ding haha wow gut überschlagen hier ok easy kann losgehen sind die auch hier schon äh was ist los mit euch du killst die oder? ja ja du auch nein du hast den einen nicht gekillt ja den ja aber ich dachte den killst du nein jetzt hab ich nicht gekillt wunderbar digga ich krieg den hier grad nicht unfähig hier gerade kann man die Bank eigentlich auch rumfahren? nein nein oh man ha 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 alter bewegt dich doch nicht so viel uuuuuh aaaah die gehen hier drauf wie nichts gut ist die Chameleons ey zack oh das war's mal wenn wir kurz herkommen jetzt noch kurz die anderen beiden holen muss und dann dann wo ist das? ja das ja das eine boot ist tot man jetzt fahr da rüber man okay okay oh sexy oh sexy schießt da die ganze Zeit drauf ja easy jetzt kann ich auch mal aussteigen hier zack aaaah wuuuuh Alter die Sonne sieht auch geil aus ja man der Sonnenuntergang übelst ja wir müssen hier nach nochmal zum Ammonation Store dann also wir können ja noch ein paar Missionen machen vielleicht muss man mir mal eine neue Waffe kaufen nein ich bin schwer getaucht Alter oh jeee jeee ja wir können gerne gleich mal zum Ammonation Store da ein bisschen shoppen gehen Alter ein bisschen das Angebot betrachten naja da kommt jemand ja ja soll ich anhalten dass du den Chaos hättest? ja ne ne kurz weiter die sind zu weit weg alles easy aber First Person geht echt gar nicht klar hier drauf wuuuuh wow scheiße man ich kann halt kaum was sehen ja aber mit wobei als Beifahrer ist ganz geil eigentlich ja als Beifahrer ist First Person immer geil ja aber irgendwie wackelt das mir ein bisschen zu sehr ja schon nicht schlecht die fahren uns immer noch hinterher die irgendwie Boot zu kaufen ist unnötig ja kannst ja klauen immer ne erstens das und zweitens wann fährst du schon so viel auf dem Wasser? ja nie das macht man wenn man rich ist ja bald bald sind wir mega rich ich hab fast 2 Millionen also ich würd mich schon als rich bezeichnen ich hab 1,2 oh yeah Mission bestanden ach warte auf dass man hier kaum was machen muss oh yeah 96 was doch nicht alter das war so n uuuuuh doch nicht so n pixel ja ich nehms wieder zurück doch du bist 96 bei mir ja jetzt bin ich 96 eben war ich 95 ja wahrscheinlich weil du ähm ähm Dings gemacht hast gefällt mir geil ja das war nur so n kleiner Pixel ok freier Modus ok wir können freien danach gehen wir ja noch in das Zimmer normal aber ich würd's ganz kurz nochmal in Ammonation gehen dann können wir ja zusammen hier cruisen ja mal sehen jetzt sind wir ja wieder in dieser Matsch-Landschaft da ja stimmt in der Matsch-Pampe ok GTA Online doch das dauert immer so lange das dauert immer so lange ja echt ne der Wechsel von Mission in freien Modus dauert immer sowas von lange das nervt mich aber wahrscheinlich weil er dann immer in den Lobby rein muss und so ne ja aber irgendeine Lobby lässt sich doch finden oder ja echt das gibt so viele wie viele Leute zocken dieses Game gerade Millionen würde ich sagen mhm da kannst du doch irgendeine freie Lobby mit zwei freien Plätzen finden oder jo ich bin drin ja ja Matsch alter sind wir nicht in der doch dahinten Matsch-Pampe Matsch-Pampe du musst sie abholen hier ich hab kein Auto ok ja ich renne grad durch Matsch glaube ich ich auch ja 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 so wo bist du dahinten ok ich hab schon den Ammonation markiert perfekt ich hab zwei neue Kleidungsstücke geil du musst das Matsch-Pampe oh ne ich komme wie das aussieht man ich komme Alter geh rein oh mein Gott wie das aussieht oh schaff ich das ja wuuu what guckst du oh 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 nö ja komm das sah so stylisch aus aber das war nicht schlecht eigentlich oh ja komm zieht voll rüber ist klar ne ist klar ooo 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 omg ooo 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 Wenn ich fahre, dann möchte ich ja entspannt fahren. Also jetzt gerade. Jetzt rechts, bitte. Ich weiß, ich kenne den Laden hier. Nice. Aber ich bin hinten eingestiegen. Ja, Marvin. Ich habe schon vergessen gehabt, wo ich eingestiegen bin. Ach so, wann kann man sich eigentlich diese Westen hier kaufen? Jetzt. Ja, die sind nie diese Ausrüstung-Dinger, die sind Nachtsicht. Äh, wenn wir die Heiß-Mission geschafft haben. Oh. Die Human Labs-Mission. Dann kann ich mir auch dieses für 1,3 Millionen dieses Fahrzeug holen. Das, das wir haben wollen. Dafür brauchen wir mein Team. Ja. Ja, das müssen wir uns dann bestellen irgendwann. Ich habe eigentlich schon relativ viel eingekauft. Warte mal, klasse. Billig-Knarre. Ja, die lohnt natürlich. Ein Dolch. Flasche habe ich schon, oder? Den Hammer habe ich auch schon. Ah, eine Schrot kann ich mir mal holen, ne? Lohnt diese Bullpup-Schrotflinte? Äh, warte, ich sag dir gleich, welche lohnt. Warte, 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 wie heißt sie? Da. Die Sturm-Schrotflinte. Wo sind die? Äh, unter den... Dieser Pump-Action-Schrotflinte. Pump-Action? Du bist ganz auf der anderen Seite. Ah, hier, ja, ja, ich habe, ich habe. Sturm-Schrotflinte. Die lohnt richtig. Die Sturm? Die lohnt richtig. Ja. Oh, okay. Alles klappt gekauft. Erstmal ein paar Thronen kaufen. Tag, 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 tag. Mehr, 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 mehr. Ja, so. Das reicht erst mal. Größeres Magazin. Lohnt das? Ne. Ey, es aussieht. Griff. Was bringt mir den Griff? Verbessere die Treffgenauigkeit. wow das hier weil die unterschied taktisches licht schalldämpfer ach weißt du was ich kaufe jetzt ein granatwerfer normal macht das so mal schön eingekauft nee ich kaufe dazu nichts feilschirm rauch kann man sich auch holen geil geil wie der rucksack aussieht sexy farben hier ich will so ein richtig sind ja auch einen deutschen ja hier deutschland rucksack nein brauche ich jetzt aber nicht ich gehe jetzt hier mal raus warte mal ganz kurz ab wann kann man sich die mini gang kann man sich ab 120 holen auch nicht schlecht war die panzerfaust die bockt oder ja und die kann ich mir bei kaufen 100 granatwerfer geholt ne 60 mg kann ich auch noch nicht holen und schweres scharfschützgewehr kann ich mir auch noch nicht holen alter hast du noch nicht doch das ab rang 90 kann man sich das holen ja aber ich hab's noch nicht aber lohnt doch ja kostet immer alles so viel geld guck mal jetzt hab ich von mir wie teuer ist denn das ja jetzt hab ich nur 1,7 wie teuer ist denn das dieses schwere scharfschützen dings muss scharfschützengewehr äh ich guck mal alter was geht denn hier ab mit der musik ja ne ich komm hier gerade weiter ja 40.000 fast ja gut na ich würde sagen ähm wir sind jetzt gerüstet aber liebe leute das war's jetzt erstmal mit dem part und in der nächsten folge wird dann wieder gemittelt und äh ja ich hoffe euch hat's auf jeden fall gefallen und wenn ihr noch ein paar vorschläge habt was wir uns sonst unbedingt kaufen sollen schreibt in die kommentare und lasst feedback da würde mich freuen würde uns freuen und ja ich hoffe ihr seid morgen wieder mit dabei und bis dahin liebe leute haut du morain du morain du morain